Hey Leute, mein Name ist EpicSun und heute spielen wir ein weiteres Sniper-Battle. Mit dabei ist der Letz Phil. Ja moin. Und ihr seht schon, wir haben beide Zen-Skins und natürlich haben wir wieder den kleinen Skin hier am Start. Und wir befinden uns hier auf der Dust2-Map. Und ich würde sagen, du gehst mal wieder an deinen Spawn. Ich bleib hier an meinem. Okay, jo, kann man machen. Und ihr stellt wieder den 15-Minuten-Timer und wir schauen dann, wer nach der Zeit die meisten Kills hat. Okay, wir spielen natürlich hier nur Only Sniper. Bist du bereit da an deinem Spawn? Ich bin da bereit, ja. Okay, alles klar, dann starte ich den Timer jetzt. Okay, und wir schauen mal. So, ich geh jetzt, ich geh durch die Mitte und hol dich dann instant, okay? Mach das, ja. Wir haben es jetzt auch hinbekommen, die Namen auszublenden, endlich. Oh ja. Das ist auf jeden Fall jetzt sehr, sehr gut. Also wir sehen uns nicht mehr. Und da wir generell so klein sind, dürfte das ziemlich schwierig werden. So, ich bin direkt durch die Mitte gelaufen, ne? Ich warte jetzt hier auf dich. Direkt durch die Mitte? Ja. Glaube ich eher gesagt nicht. Aber man kann halt echt nicht, man braucht ja nicht sneaken. Ja, das ist echt gut. Ja, moin. Alter, wo? Wo? Ja. Alter, das gibt's ja nicht. Das hat gut geklappt, tatsächlich. Was? Von wo? Das ist also, ich... Da. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh man, da hab ich mal 5 geschaut. Oh mein Gott, du bist echt da durchgelaufen. Ja klar. Shit, okay, 1 zu 1 steht's jetzt. Ja. Okay. Normalerweise könnte man ja auch durch das Windows-Snipe, ne? Das haben wir extra zugemacht, dass wir nicht sehen, wo wir langlaufen. Genau, genau. Aber bist du umgebaut? Ja. So, wo kämpfst du denn wieder? Ich, äh, du. Bei B-Spot vielleicht. Achso. A-Spot vielleicht. Hey, immer noch, warte auf dich. Ich hab mir noch dran gewöhnt, so echt zu sneaken, ne? So die ganze Zeit. Ja, das stimmt. Boah, ich hab Angst, dass ich übersehe, aber das kann jetzt so schnell passieren, tatsächlich. Ja, ich auch. Hey, läufst du auch grad die ganze Zeit im Kreis durch die Map? Kann sein, ja. Ja, ich auch. Oh shit. Hey, ich müsste dich doch hier mal sehen, das gibt's doch nicht. Ich helfe auf jeden Fall nicht. Nee, ich auch nicht, ich lauf die ganze Zeit. Stell mal vor, wir rennen einander vorbei. Oh Gott. Hey, das gibt's doch nicht, wo bist denn du? Ich lauf, ich lauf die ganze Zeit, ne? Die ganze Zeit lauf ich. Ich auch, ich auch, kein Scheiß jetzt. Ab noch wo? Das gibt's doch nicht. Ja, irgendwie nicht. Nee, hier bist du. Hey, wo bist denn du? Ich, okay, ich, ich, ich camp jetzt. Ich warte einfach, bis du an mir vorbeirust. Ja, ich camp jetzt auch, ganz ehrlich. Ja, wow, da finden wir uns auch nicht. Das stimmt. Wir sind auch nicht mal so hoch wie ein Block, fällt mir gerade auf, dann noch nicht mal. Ja, wisst ihr, wir könnten uns hinter einem Block verstecken, ja? Das ist ganz geil. Aber du versteckst dich ja nicht, oder? Nee. Aber das ist wirklich. Wo bist du? Ich hab dich jetzt die ganze Zeit nicht gesehen. Ich renne immer noch die ganze Zeit rum, ne? Ja, ich, das ist komisch. Wir müssen uns halt verpasst haben, ne? Wenn einer von uns stehen geblieben wäre, hätte er den anderen schon geblieben. Ja, oder wir rennen uns halt gegenseitig hinterher, das wäre auch lustig. Ja. Aber ich hab, nee, du bist auch nicht hinter mir? Ja, das kann ja nicht sein. Aber vielleicht sind wir einen, einen Spot noch nicht abgelaufen. Ja, ich bin schon alle abgelaufen. Was? Hab dich. Nein! Das gibt's doch nicht. Wie hast du mich da sehen können? Durch deine Sniper, ich hab deine Sniper rausschauen können. Was? Hast du durch den Block geschossen? Hast du durch den Block geschossen? Äh, nee. Nee, nee, ich stand oben drauf, hab dann so schräg runtergeschossen. Reiße, fuck. Warst du die ganze Zeit schon dort? Nein, nein, nicht die ganze Zeit. Ich bin auch umgelaufen. Och, man, zum Glück hab ich die Sniper gesehen. Wenn du die Sniper nicht in der Hand gehabt hättest, hättest du sie nicht gesehen. Fuck. Na, okay. 2 zu 1. Ja. Es dauert auf jeden Fall schon länger, wenn man so klein ist und dann noch keine Namen hat. Ja, oh ja. Weil mit Namen kann man ja fast über die ganzen Maps schauen. Also die siehst du ja fast über die ganzen Maps eigentlich. Oh ja. So, du warst jetzt aber, du bist schnell von deinem Spawn jetzt wieder weg, kann es sein? Oh. Oh Gott, nein. Oh nein, 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 nein. Komm schon. Oh shit. Komm schon. Loll, ich war hinter dir. Was? Ich bin komplett aus dem Rum gelaufen. Oh mein Gott, das gibt's doch nicht. Ich dachte, du wirst da schon auf mich warten von der anderen Seite. Du hättest dich einfach nur umgedreht. Wow. Oh, zum Glück. Ja, das sieht gut aus. Noch 10 Minuten sind zu spielen. Ja, ich will nicht, dass du, wenn du mich jetzt noch aufholst, das wäre ja so scheiße. Ja gut, 3-1, also sind mir nicht für die Kills gefallen, ne? Das stimmt, aber es dauert auch ein bisschen länger, bis mein Kill fällt, sag ich mal. Oh ja. Jetzt käme es halt wieder. Nee, ich lauf wirklich die ganze Zeit rum. Wirklich, die ganze Zeit. Aber ich hol dich jetzt. Oh. Wo bist du? Oh. Das gibt's doch nicht. Oh, zum Glück. Das gibt's doch nicht. Oh Gott. Nein, Junge. Oh shit. Wenn du nicht da rausgekommen wärst, die hätte ich ja nicht gesehen, ne? Ich wäre einfach wieder an dir vorbeigelaufen. Och Mann, nein. Oh, zum Glück. Okay, 4-1, das sieht gut aus für mich. Nee, hier bist du nicht. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Das gibt's doch nicht. Oh, du bist schon wieder da. Oh Gott. Komm her. Oh nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh scheiße, ich will dich, ich muss dich jetzt bekommen. Wo bist du denn überhaupt jetzt schon wieder hin? Rechts? Nee, bist du hier noch in der Block? Nee. Bist du runtergesprungen? Nee. Doch, du bist sehr wohl runtergesprungen. So, warte mal, jetzt will ich dich kurz. Nee, klar, gerne. Oh, 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 ich glaub du bist außen rumgelaufen. Nein. Doch, 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 doch. Doch, ich weiß, wo du langkommst. Du bist da! Nein. Oh Gott. Ich hab auf dich gewartet, fuck. Das gibt's doch nicht. 5 zu 1, nein, ich war gerade hart. Oh, das ist gut. Nee, das ist gar nicht gut. Das ist sehr, sehr gut. Ich hab einen guten Vorsprung. Ich hab einen guten Vorsprung. Ja, genau. Boah, du lauers bestimmt hinter irgendeiner Ecke und dann zack, bin ich weg. Du bist ja... Was? Ach, du bist immer dort. Immer. Jedes einzelne Mal. Ich musste dich jetzt auch wegholen, Alter. Verdammt. Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Das ist der Lieblingsspot, da, weißt du? Da bist du immer. Haha, ja, kann sein. 5-2, komm, das kann ich auch wollen. Das holst du nicht mehr auf, nee, 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 nee. Na klar. Jo, ciao. Oh, von wo? Du feiner. Ich kann von deinem spawnen. Was, von Long schon? Ja. Du hast dann Speedtag angemacht. Ja, genau. Das kannst du dir sagen. Ich renne ungelungen die ganze Zeit rum und hüpfe die ganze Zeit. Also, so schnell, maximale Geschwindigkeit, sag ich mal. Ach so. Ja. Wir treffen uns jetzt mal bei B, okay? Stimmt, bei B war aber auch noch nicht besser. Stimmt, da waren wir noch gar nicht, weil du immer zu arg gehst. Nee, ich doch nicht. Ja, klar. Ich laufe jetzt auch nicht mehr rum, ich warte jetzt hier auf dich. Oh Gott, oh Gott. Nein, du Lacker. Oh Gott. Nein, das gibt's doch nicht. 7-2. Das gibt's nicht. Sehr, sehr gut. Ach, Mann. Nein, warum treffe ich dich da? Ich wollte mich mit C so hinlegen, da habe ich R5 geschaut, weißt, dass ich so gut liege. Und auf einmal bist du da, ich habe mich richtig erschrocken. Oh shit. Nein, das gibt's nicht. Oh, da bist du ja schon wieder. Oh. Oh, wir haben uns immerhin beide. Ich habe... Oh, Alter. Ich habe hier schon schon gekriegt. Schönes Killkill. Wenn du mich jetzt... Wenn ich dich jetzt nicht bekommen hätte... Ja. Gibt's doch nicht. Das wäre cool. Okay, 8-3. Ja, das sieht gut für mich aus. Sieht gut für mich aus. Ja, das wurde... Ja, das wurde keine 5 Kills mehr auf. Das schaffst du ja nicht. Das ist fast unmöglich. Ja, du bist wieder bei A. Ich komme mal wieder bei A vorbei, okay? Ja, mach das. Aber ich glaube nicht. Doch, doch, doch. Hundertprozentig bist du da. Oh, scheiße, ich brenne. Jetzt weißt du, wo ich bin. Vielleicht. Das war nicht so schlau. Ich bin im A-Sport. Komm mal da weg. Du darfst jetzt nicht mehr campen. Ich darf nicht mehr campen? Ich renne hier 1000 Millionen Meter die ganze Zeit. Oh, Moment mal. Das bist du ja. Was? Och, Mann. Ich habe so schlecht reagiert. Oh, Gott. Du bist direkt bei meinem Spawn gewesen. Weiß nicht, wo du spawst genauer. Ich sehe dich jetzt schon zum Beispiel nicht mehr. Weißt du, wo ich bin? Nein. Oh, shit. Gut. Ich weiß auch nicht mehr, wo du bist. Oh, shit. Nein. Was? Wie denn? Oh, shit. Hab mit R5 gepiekt. 8 zu 5. Jetzt bist du hier die ganze Zeit an meinem Spawn. Das gibt's doch nicht. Kann ich noch aufholen. Das kann ich noch aufholen. Als ob du das auch aufholst. Jetzt weißt du, wo ich spawne. Das ist nicht so gut. Nee, ich hab dich nicht spawngen sehen. Keine Scheiß. Ja, wo bist du denn? Das gibt's doch nicht. Oh, zum Glück noch beide. Oh, zum Glück. Oh, nein. Oh Gott, zum Glück hab ich dich noch erwischt. Das wär ein 8 zu 7. Shit, ähm. Ne, Moment. Das wär ein 8 zu 6. Ja, genau. Fuck. Ne, aber es ist ein 9 zu 6. Ich mach die 10 auch voll. Das mach ich noch. Wie gesagt, zweimal hol ich dich noch. Ne, wie war's. Noch eine Minute. Nein, schade. Noch eine Minute. Aber ich hab die am Ende wieder aufgeholt. Ja, das stimmt. Aber ich glaub, wenn wir jetzt eine halbe Stunde spielen würden, dann würdest du mich auf jeden Fall noch einen holen. Ja, je nachdem. Ja. So, komm. Ein Kill mach ich noch. 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 Nö, mach ich noch. Überhaupt nix mehr. Ah, komm. 9 zu 7 sieht nicht so schlecht aus. Was? Das kill's nicht. 10 zu 7? Warum killt man sich selber immer? Wie geht das denn? Ach man. Komm, noch einen Kill. Okay, die 10 habe ich noch voll gemacht. Wenigstens. Guck mal, zweistellig. So muss das aussehen. Okay, noch 15 Sekunden haben wir. Ja. Ich mach noch kurzes 11 zu 7. In der letzten Sekunde. Glaub ich nicht. Das ist klar. Jetzt eher bei dich. Ne, oder? Und da ist es vorbei. Okay. Oh, shit. 10 zu 7. Zum Glück noch gewonnen. Aber du hast echt gut aufgeholt. Jo. Oh, Mann, oh, Mann. So, Leute. Das war's mit dem Sniper-Battle. Schaut auf jeden Fall bei Phil vorbei. Da haben wir auch eine Folge aufgenommen. Lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. Wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.